Ich finde, wir sollten konsequent sein und alle Pipelines schließen. Das wäre doch mal ein mutiger Schritt. Also ich habe nicht gesagt, wir müssen Nord Stream 2 aufmachen, sondern wenn Putin sagt, er liefert über Nord Stream 2, sollten wir mal gucken, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber mir ist das relativ Latte. Ich heize nicht mit Gas, ich habe kein Gas. Insofern sollen die, die Gas haben, anschließend die Frage stellen, worüber Tabeck das herholt.